So, das war's jetzt von dem Gewinnspiel. Da fährt sie ab. Da fährt sie ab. Winkdopperfreundlich. Das kleine Auto macht sich jetzt auf den Weg nach Mühlheim. So, gute Fahrt. Tschüss. Tschüss. So, da geht er. Ah, einmal noch wenden. Unser Parkplatz ist etwas. Hat nicht den großen Wendekreis für dieses Auto. So, einmal Rückwärtsgang rein und dann nochmal ab und dann aber mit Vollgas ab nach Mühlheim. Tschau, tschau. So, da gehen sie dahin. Da fährt es dahin. Da ist es weg. Da ist es weg. Da fährt es. Da fährt es. Da fährt es. Ja, das war's dann sozusagen von dem Toyota Gewinnspiel mit Autovella. Der kleine rote Flitzer der Toyota Aygo geht jetzt dahin sozusagen und hat, ja, es hat die Richtigen getroffen. Frau Nottelmann hat sich riesig gefreut. Und ja, wie gesagt, es geht jetzt nach Mühlheim für den kleinen Flitzer. Dort wird er natürlich weiterfahren. Und ja, er wird auch mit der Werbung noch drauf in Mühlheim zu sehen sein. Hat mir Frau Nottelmann versprochen. Da sind wir mal gespannt, wer der ein oder andere sich da meldet. Also wenn Sie in Mühlheim diesen kleinen roten Flitzer sehen, einfach mal melden. Wir freuen uns über jede WhatsApp, über jede Facebook-Nachricht mit einem Foto von unserem kleinen Flitzer. Also von daher, ja, gute Fahrt und ja, viel Spaß mit dem Auto, Frau Nottelmann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.